Bustige AG hat über die Jahre einige der krassesten Challenges der Minecraft-Geschichte gemeistert. Wie zu den Fahrlands zu laufen oder jeden einzelnen Mob in 24 Stunden zu töten. Also wird es Zeit einmal auf die legendärsten Projekte seiner Karriere zurückzuschauen und es gibt sogar eine Challenge, an der er tatsächlich gescheitert ist. Minecraft ohne WASD durchspielen. Du spawnst in einer Welt und jede Möglichkeit irgendwie zu laufen ist komplett deaktiviert. Eine klassische Bustige AG Challenge. Er hat den Run resettet, bis er endlich neben einem Baum spawnt. Oder hat sich dann das ganze Spiel nur mit Boten, Wasser und schließlich einem Schwein fortbewegt? Weil es hier anders als beim Pferd reicht, einfach nur in die Richtung zu gucken, wo man hin will. Let's go! 13 Stunden, 17 Minuten. Neue Endbosse Wildlife Protector. Basti hat schon eine Menge Custom-Bosse bekämpft. Aber noch nie ist sein Kampf so knapp gewesen. Das erste Mal wurde er mit allen seinen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Ey, haben wir wirklich schon 13 Gaps verschluckt? Der Boss hat sich nicht überlisten lassen. Man konnte ihn nicht Bow spammen, man konnte sich nicht hochbauen. Er spawnt Wechsel? Das ist nicht dein Ernst. Ich muss hier weg, ich bin out of stuff. Ich kriege diesen Elefant nicht down. Er wirft komplette Erdschichten auf mich. Basti musste sich zurückziehen und nochmal mit stärkerem Stuff zurückkommen. Und wir sprechen hier von wirklich krassen Sachen. Wie allen denkbaren Tränken, Dutzenden Totems und zwei Sets kompletter OP-Rüstung. Und nach einem extrem intensiven Hin und Her hat er es am Ende nur ganz knapp geschafft. Ich hab ihn, let's go! 400 Spieler Deathrun. Die meisten Blöcke von allen in 2, 3 oder 4 Stunden zurücklegen. Diese Challenge hat Basti schon oft in verschiedenen Variationen mit seiner Community gemacht. Aber sobald man Schaden bekommt, kann man nicht mehr regenerieren. Das heißt, wenn du ein paar Mal nicht aufgepasst hast, musst du einen Gang runterschalten und kannst nicht mehr so schnell vorankommen. Was für extreme Spannung sorgt. Stellt euch vor, Platz 1 ist auf einem halben Herzen und du fragst dich, ob du ihn noch rechtzeitig überholen kannst oder ob er vielleicht ganz stirbt. Ich hab keine Ahnung, wie wir da damage, also ich hab's nicht verstanden. Solche Community Challenges sind einfach was Besonderes und über die Jahre ein fester Bestandteil von Bastis Kanal geworden. Und eine Sache, die es zwar nicht auf die Liste geschafft hat, aber trotzdem verdient hat, erwähnt zu werden, ist das 200-Spieler-Random-Item-Wettrennen. Das hat zwar zum Großteil mit Glück zu tun, aber man musste immer noch die besten Wege finden, seine Items einzusetzen. Minecraft ohne Mob-Kills durchspielen. Mit dieser Challenge hat Bastis sofort seine Chance gewittert, an die Grenzen von Minecraft zu gehen. Auf grundlegende Sachen wie Kühe töten oder den Eisengolem kann man verzichten, wenn es darauf ankommt. Aber wo es unmöglich wird, ist bei den Blazes und Endermen. Du brauchst nun mal Enderaugen, um das Portal auszufüllen. Es sei denn, Bastis kommt zu einem 1 zu 1 Trillionen-Seed, wo das Portal schon mit allen 12 Augen voll ist. Okay, so extrem ist nicht mal er. Er hat sich entschlossen, das nächstes Beste zu tun und statt gar keine Mobs einfach das absolute Minimum zu töten. Und von zwei Blazes direkt alle Blaze-Rots zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit war so unfassbar klein und sobald er mit einer der Blazes Pech hatte, war der ganze Run zu Ende und er musste komplett von vorne anfangen. Mann, wie kann ich hier mit Looting 3 aus zwei Blazes eine bekommen? Es ist immer so. Das Ganze ging drei Jahre, bis er es 2022 endlich geschafft hat. Maximaler-Drop. Das erste Mal, ich schwirr. Und genau so ein dämlicher Grind macht Basti aus. All Items. Es war offensichtlich, dass diese Challenge nicht in der Top 10 fehlen darf. Und sie hat sich den Platz auch richtig verdient. Jedes einzelne, der über 1100 Items in Minecraft zu sammeln, ist schon alleine ein unfassbarer Grind. Aber Basti hat das Ganze auch noch in einer random Reihenfolge gemacht. Das heißt, er konnte als fünftes Item direkt ein Beacon bekommen. Und so hat er immer wieder Stunden für irgendein absurdes Item gebraucht, weil er sich einfach nicht von Blöcken zu Blöcken vorarbeiten konnte. Wir haben nicht die Hälfte. Wir haben noch lange nicht die Hälfte. Das Ganze hat Monate gedauert. Und es ist ziemlich schwer zu glauben, dass jemand, der solche Challenges durchzieht, am Ende doch noch an etwas scheitern konnte. Jeder Buchstabe ein Item. Am Anfang darf man nur ein einziges Item einsammeln. Und das muss mit A beginnen. Von diesem einen Item kann man so viele Stück mitnehmen, wie man will. Und dann zu einem Item mit B vorrücken, wie Brot. Wenn das Alphabet durch ist, geht es von vorne los. Das Ganze ist extrem schwierig, weil du bei manchen Buchstaben zwei Sachen brauchst. Wie bei E, Enderperlen und danach Enderaugen. Man muss dafür das ganze Alphabet also mehrmals durchlaufen. Und das Problem liegt in den schwierigen Buchstaben wie Q, wo es nur die Quarzzäulen von Villagern gibt. Wofür man wiederum ein drittes Item mit E, nämlich Emeralds braucht. Oder Z, wo es für immer, wie Basti das Spiel auf Englisch hat, nur ein Item, nämlich den Zombie-Kopf gibt. Dafür muss man bei L schon unbedingt eine Lightning Rod besorgen, damit man einen Charged Creeper bekommen kann. Und dafür braucht man bei C schon geschmolzenes Kupfer. Ihr merkt, wie verstrickt das Ganze ist. Es war also nicht nur ein riesiger Grind, das tatsächlich zu spielen, sondern hat auch dutzende Stunden Planung erfordert. Und hat sich daher auf jeden Fall einen Platz in der Mitte der Liste verdient. Minecraft aber alle Mob Drops sind vertauscht. Wenn eine Blaze Rod keine Blaze Rods droppt, sondern einen Fisch, dann weiß man, man schaut ein Basti-Gagier-Video. Schneebelle, let's go! Randomizer Challenges haben seit Jahren einen festen Platz auf seinem Kanal. Und diese fand ich von allen am coolsten. Bei jedem Mob hat man sich die Frage gestellt, ob das jetzt der eine ist, der einem den Weg ins Ende eröffnet. Oh mein Gott, Wechsel sind Enderperren! Wir haben Enderperren, wir haben Enderperren! Und was ist, wenn der Wither die Blaze Rods droppt? Oder sogar der Schalker und man hatte nie überhaupt eine Chance, aber man findet das erst am Ende raus, wenn man alle anderen durch hat. Seltene Sachen finden. Ein XXL-Großprojekt, das definitiv der Top 3 gerecht wird. Basti hat zum Beispiel alle 128 Strongholds in seiner Welt abgesucht, um ein Portal mit 5 Augen zu finden. Und das war so selten, dass kein einziges am Ende mehr als 4 hat. Oh, 4er! Was? 4er ist gut, auf jeden Fall. Aber Leute, wir sind so kurz vom 5er. Er hat 67 Stunden nach einem Zombie mit dir Errüstung gesucht. Nein! Nein! Es ist passiert 65 Stunden! Nie! Und hunderte Lamas mit Kisten voll gespanned, um eins zu finden, das 15 Items tragen kann. Das Projekt ist sowas von absurd, aber genau das macht es ja so einzigartig. Minecraft ohne Crafting Table durchspielen. Mit dieser Challenge hat 2018 das neue Kapitel auf seinem Kanal begonnen. Und im letzten Jahr hat die Challenge ein Comeback gefeiert. Dieses Mal musste er auch ganz viele Extra-Ziele mit dieser Einschränkung meistern. Wie ein Beacon mit Diablöcken zu bauen und der einzige Weg, die ohne Crafting Table zu bekommen, ist über den seltensten Raum in einer Woodland Mansion. Katze... Oh! Nicht nur ein Katzenpo! Das ist unser siebter Diamantblock. Weil das wurde auch mal wieder Zeit. Also musste er irgendwie 50 von denen absuchen, nur um die Spitze auf seinem Beacon zu bauen. Joa, das ist by the way die kleinste Woodland Mansion, die ich jemals gesehen habe, die oberste Etage. Das ist ja absolut der größte Joke. Was ist das denn? Es ist echt Wahnsinn, wie viel Arbeit da reinsteckt, um ein cooles Video für uns zu machen. Und das jeden einzelnen Tag seit so vielen Jahren. Und bevor wir zum ersten Platz kommen, wie versprochen, die einzige Challenge an der Basti jemals gescheitert ist. Alle Mobs in 12 Stunden töten. Selbst wenn er alles perfekt gespielt hat und den Enderdrachen, den Wither und alles andere schwere gekillt hat, war es am Ende dem Glück überlassen, ob die letzten zwei Mobs spawnen würden. Unzählige Male war er mit allem anderen durch und die beiden kamen nicht. Also hat Basti entschieden, statt ein weiteres Mal neu anzufangen, einfach weiter zu warten, bis der Typ schließlich kommt. Und hat sich dann mit einer Zeit von 17 Stunden zufrieden gegeben. Das ist immer noch extrem gut und er kann schließlich nicht 20 Videos hochladen, wo er immer dasselbe versucht. Also musste er seinen Zuschauern gestehen, dass er das 12-Stunden-Ziel aufgibt und die Challenge blieb unvollendet. Und jetzt wird es Zeit für Platz 1. Level gleich Border. Mit Abstand die aufregendste Challenge, die Basti jemals hatte. Am Anfang war er stark eingeschränkt und musste mit der Hand Zombies killen, um das erste Level zu erreichen. Bis er sich irgendwann mit immer krasseren und größeren Farms hochgeschaukelt hat. Er hat hunderte Stunden damit verbracht, Mobs zu töten, mit Villagern zu traden, absurd große Smelting-Anlagen und andere XP-Farmen zu bauen. Bis es irgendwann nach Wochen in Real Life Set endlich soweit war und die Border groß genug wurde, um den Stronghold zu erreichen und den Enderdrachen zu besiegen. Checkt gerne dieses Video ab, wo es um die größten Minecraft-Skandale geht. Und falls ihr das schon gesehen habt, schaut euch gerne einfach mal auf meinem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und ein dickes Shoutout an die Laternenmitglieder.